Ich bin zu Saison hier bei der Berliner Polizei, als Kommissar Oettinger. Meine Leute sitzen noch im Auto. Koko? Mensch Koko! Wo seid ihr denn? Seit gestern wart ihr auf euch! Nee, nee, nee! Ihr seid doch verrückt! Das geht doch nicht! Das könnt ihr doch nicht mit mir machen! Um Gottes Willen! Was? Wo soll ich hinkommen? Wann? Jetzt? Sofort? Na gut, okay, komm! So ist beim Film, ne? Die Burschen hier, die haben da nicht immer ordentliches Objektiv, ne? Das muss ich auch noch mitbringen von daheim, ja. Und ich bin momentan Kommissar Oettinger. Ja, hier in Friedrichshain, Berlin. Wieder ein Drehtag zu Ende. Ja, hier in Friedrichshain. Ja, hier.